Hey Leute, ich bin Leontien und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute werde ich das allererstes Mal auf das Musikvideo reagieren. Ja, vom Burger Pommes Song, ne? Ich würde sagen, bevor wir... Ah ja, genau, wir müssen noch ein bisschen zurückspulen. Und bevor wir starten, du hast noch nie das fertige Musikvideo gesehen, du bist ja aber selbst dabei. Ja. Das heißt, du weißt ungefähr, nicht alles, aber so ein paar Sachen weißt du ja, wie wir aufgenommen haben, ne? Aber ey, Leontien weiß noch gar nichts, Leute, auch vom Eierkopf oder auch von anderen Sachen. Ich bin so gespannt, wie du darauf reagieren wirst. Okay, darf ich? Und ja, warte, immer wenn du sagen willst, dann können wir kurz pausieren, dann kannst du mich was fragen. Warte, lass mich mal. Zack. Und dann, weißt du, pausier ich dann. Dann können wir nochmal über einzelne Sachen reden. Ja, Leute, lasst noch ein Like da und kostenlos abonnen. Macht ihr 100.000 voll. Genau, Leute, alle abonnieren auf ihre. Und ich würde sagen, let's go. Oh. Ey, mach mal ein bisschen lauter. Lauter? Ja, natürlich. Aber dann hören uns die Leute auch gar nicht. Ach so. Okay. Alter, ey, warum sind da Powerberger Limos? Hä, da war doch ein grüner Raum. Ja, ja, genau. Also Leute, erst mal. Also die Szene erinnerst du dich vor dem McDonalds, ne? Und, Leute, in die Wirklichkeit. Ja, ja, in Wirklichkeit waren da natürlich keine Burgerpommes im Himmel, ne? Ey, aber ey, kannst du mal das Geldhof-Thumbnail zeigen? Ne, ne, Pfumbnail ist noch nicht fertig. Das ist aber richtig krass. Genau, Leute, das Pfumbnail, also wo wir es aktuell aufnehmen, ist dieses Vorschaubild für den Song noch nicht fertig. Aber ey, wie findest du sie das aus hier mit den Burgern? Richtig krass. Hä, aber wie hat er das gemacht? Übel krass, ne? Ja. Sehr, sehr geil. Und... Buh! Alter! Ey, ich finde, das ist auch so geil geworden, diese Paulberger Limos-Szene. Hier mit diesen Tropfen, die da so rumstehen, die Paulberger Limos. Aber warum eigentlich pink? Stimmt, weil es knalliger ist. Alter! Ey, guck mal, da bist du! Und guck mal, auch hier, eins hat diese Riesenburger im Hinterkopf, diese McDonalds-Logos. Hä, wo waren wir da? Auch im Greenskill-Studio? Ja, auch im grünen Raum. Ist auch sehr, sehr geil geworden, finde ich. Ups. Hä, schau mal! Ich steh auf und fahr direkt in den Backdrive. Wenn jemand nur sehen, wissen sie Bescheid. Oh, yeah. Züge doch auf die Tische in jeder Klasse. Wissen das, Lehrer, die durch die Kassen. Unsere Richtung langweilig kann ich. Übrigens, guck mal, hier bist du. Leute, man sieht nur Leonti, die dir so ganz vorne wie einfach so diesen Lehrer anschreit. Sollte Trüberg und Bromus-Rock. Alle finden es mega, egal ob Boys oder Girls. Und jetzt rocken alle Bromus-Merch. Grüße gehen raus an den Jörg-Stell. Alter, was? Hast du Kevin direkt erkannt? Ja, natürlich. Leute, es ist auch das erste Mal, dass Leonti jetzt den Eierkopf fertig sieht. Ey, wie findest du den? Sag ehrlich. Richtig krass. Ey, lass uns mal angucken, oder? Der ist richtig geil geworden, finde ich. Und Achtung. Boom, der Eierkopf wird zerstört. Hast du das gesehen? Einfach so die Schale kaputt gegangen. Siehst du? Und jetzt ist dieses Eigelb da drunter. Äh, das Eiweiß, meine ich. Weißt du, wenn man so ein Ei so schält, ne? Ey, das ist auch richtig geil geworden, finde ich. Burger, Pommes auf die Eis. Burger, Pommes in den Burger rein. McDonalds geht zu jeder Zeit. Alter. Burger, Pommes auf die Eis. Burger, Pommes auf die Eis. Jetzt gleich kommt Marvin's. Burger, Pommes in den Burger rein. McDonalds geht zu jeder Zeit. Burger, Pommes auf die Eis. Nein. Das heißt, Leute, das siehst du jetzt auch zum allerersten Mal. Äh, hier, guck mal. Lucky Jump, siehst du ja immer zum Pflichtstück. Ey, warte, wo wart ihr da? Äh, das war bei Woody's in Kaiserslautern. Oh, nochmal, vielen Dank, das wird auch gehen dürfen. Alter. Was? Haha. Da war ich, aber da war ich, war im Hintergrund. Ja, genau, also das, Leute, ne, da war auch Leonti dabei. Warte, gleich, schau mal. Warte. Und boom. Die ist auch witzig, die Szene, ne? Und jetzt kommt der Part von Max, Leute, in seinem Gaming-Zimmer. Da warst du ja auch nicht dabei. Nein. Das heißt, das siehst du jetzt auch zum allerersten Mal, wie Max das TNT fährt. Das finde ich geil. Das finde ich geil. Das ist geil mit dem TNT, ne? Schau mal, so lässt sich fertig die Explosion gleich. Groß oder klein, ich bin's, iCry, Max schenkt dir Limbo ein, denn Paul Berger Burger Pommes, beste Kombi, geil. Burger Pommes auf die Eis. Boah, guck mal, die Explosion. Bei McDonalds. Ey, die ist geil geworden, oder? Ich komm gleich. Die Szene haben wir auch genommen. Schau mal. Die ist geil, oder? Ja. Also auch die, Leute, ey, du wurdest da so gefühlt zwei Meter hochgeworfen. Ja, Digga, ich war, das war, ich hab, Digga, ich hab gedacht, ich mach Backfrippe oder so. Alter, guck mal, da bist du so zwei Meter über uns gefühlt. Aber Marvin hat dich am höchsten geworfen, irgendwie, ne? Hä? Wirklich? Also, stimmt. Ja, ja, weil deine Füße sind da zwei Meter hoch. Du hast mich am wenigsten hochgeschmissen. Ja. Und wie, sagst du, wie ist dein Part? Richtig krass. Wie findest du die Aufnahmen so im Mirama? Richtig krass. Ist das geil? Aber wie ist das eigentlich nur im Mirama? Ja, du bist ja auch bei einem anderen im Greenscreen dabei. Aber Mirama, das hatten wir ja jetzt nur ganz kurz im Video und es war viel zu krass, was man es nicht reinnimmt. Weil diese ganzen Rutschen ist schon krass, ne? Ey, das, das feiere ich auch. Guck, diese Szene hier mit diesen Happy Meals und so. Das sieht auch richtig geil aus, oder? Ey, guck mal, auch hier. Hä? Guck mal, hier sieht man auch das Blaue von den Takis im Mundwinkel. Siehst du das? Ja. Burgerpommes auf die Eins. Mach die Pommes in den Burger rein. McDonalds geht so jeder sein. Ja. Burgerpommes auf die Eins. Was geht? Moin. Mac is und bei dir? Ich bin bei den Paulberger Lemos. Genau, du bist bei den Paulberger Lemos, ich bei den Burger Pommes und Marvin bei den McDonalds. Leute, auch witzig. Wie gesagt, jeder hat hier das gleiche Handy einfach in der Hand. Einfach das von mir. Und was war so deine Lieblingsszenen? Ich lasse nochmal ohne Ton laufen und dann können wir jetzt nochmal kurz drüber reden. Also sag mal ehrlich, von 1 bis 10, wie findest du das Musikvideo? Digga, nur unendlich. Unendlich? Ja. Also was war so deine Lieblingsstelle? Welche fandest du am allergrößten? Ich zeig's dir gleich. Von dir wahrscheinlich, oder? Nein. Nein? Nee, du spielst grad nicht. Willst du zurück oder nach hinten? Okay, Leute, ich bin mal gespannt, was ist die Lieblingsstelle hier von Leontien? Warte. Ja. Warte, gleich. Willst du mich mal gespannt? Nein. Immer noch nicht. Ja, genau die hier. Das mit dem Eierkopf? Ja. Ey, die ist echt geil, ne? Ja. Was würdest du sagen, von 1 bis 10? Wie ist der Song geworden? So komplett der Song, Musikvideo. Unendlich. Hat auch richtig krass Spaß gemacht. Ja? Ja. Okay, ey, das freut mich. Leute, weil Leontien, wir haben ihn ja gefragt, ob er dabei sein will. Und du meinst ja, du willst unbedingt beim Song dabei sein, oder? Oh ja. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass es dir auch viel Spaß gemacht hat. Und ja, richtig geile Sache meiner Meinung nach geworden. Und ja, Mann. Ja, Leute, lasst ein Like da und kostenloses Abo, wenn ich wieder bei einem Song dabei sein soll. Und ciao, ciao. Ciao, ciao.